Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich war noch nicht bei einem Kumpel, habe ihm beim Xbox-Spiel zugeschaut. Es sah gar nicht mal schlecht aus. Ich hätte fast mitgespielt. Ich habe doch gar nichts gemacht. Lass ihn in Ruhe, du bringst ihn doch rum. Aber hey, alles über Xbox-Aufmerkloppen erzähle ich euch in der nächsten Folge von Hey Go! Kommen wir doch einfach zur nächsten Frage. Hey Go, bist du mein Vater? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-mario? Hey Go, ist uns dein Chicken Wings eigentlich von Zeit zu Zeit auch nochmal etwas g-g-g-g-mi? Easy. Äh, kann man das essen? Du, ich habe gestern einen Salat gegessen, der war echt lecker. Sag mal, ist es denn wirklich notwendig, dass du ein solch brutales Verhalten an den Tag legst? Lassen sich deine Probleme denn nicht auf andere Weise lösen? Alter, man muss sich doch Respekt verschaffen, Mann. Ohne Respekt bist du im Ghetto nichts. Ich war damals so arm, ich musste die Respekt-Krümel aufsammeln, die andere übrig gelassen haben, um warmes Essen vom Vortag zu bekommen. Und was genau möchtest du damit ausdrücken? Alter, das macht gar keinen Sinn, was ich hier laber, Mann. Okay, kommen wir jetzt zum heißen Stuhl. Psst, 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 go. Ah, Mami. Hey Go, warum schwitzt du so am Hals? Hast du vor dem Video gerammelt? Nein, währenddessen. Hey Go, willst du auch mal dran nutschen? Äh, wo dran? Hey Go, Penis? Hey Go, rolle, rolle, Reifen. Go hat einen. Hey Go, groß oder klein? Groß. Hey Go, stört es dich auch, wenn beim Sch*** das Wasser wieder hochspritzt? Das ist doch toll. Hey Go, achatsch dein Schalosch? Hey Go, bist du aus AA? Hey Go!